Im Kopf von Schülern schwirren viele Ideen herum. Doch welcher Beruf ist der richtige? Das fanden Jugendliche bei der 4. Ausbildungsmesse in der Hersfelder Waldhessenhalle heraus. Hunderte Schüler liefen von Stand zu Stand. 88 Unternehmen präsentierten Berufe zum Anfassen. Ob Friseurin, Fleischer oder ein technischer Beruf. Bei der Ausbildungsmesse waren Berufe für jeden Geschmack dabei. Die jungen Besucher folgten dem Motto, erst probieren, dann studieren.